In diesem Video zeige ich Ihnen, wie das Startmenü unter Windows 10 in der Version 16.0.7 aussieht und welche Funktionen es Ihnen bietet. Sah das Startmenü in älteren Windows 10 Versionen noch so aus? Sehen die Schaltflächen und Kacheln unter Windows 10 Version 16.0.7 nun so aus. In diesem Bereich finden Sie alle installierten Apps, beginnend mit Zuletzt hinzugefügt und Meist verwendet. Scrollen Sie danach mit der Maus nach unten, um sich alle Apps alphabetisch sortiert anzeigen zu lassen. Alternativ können Sie auch mit dem Bildlauffeld sich die Apps anzeigen lassen. Auf der rechten Seite des Startmenüs stehen Ihnen sogenannte Kacheln zur Verfügung, mit denen Sie Apps schneller starten können. Die Kacheln lassen sich in Kachelgruppen zusammenführen. Klicken Sie im linken Bereich des Startmenüs auf diese Schaltfläche. Können Sie die Kontoeinstellung Ihres Benutzerkontos ändern, Ihr Benutzerkonto temporär sperren oder sich von Windows abmelden. Alternativ können Sie hier auch einen anderen Benutzer wählen, um mit diesem die Arbeit fortzusetzen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich der Explorer. Klicken Sie hingegen auf diese Schaltfläche, können Sie Windows-Einstellungen vornehmen. Klicken Sie hier und danach auf Energie sparen, um kurz die Arbeit am Computer zu unterbrechen oder auf Ruhezustand oder auf Herunterfahren beziehungsweise auf Neu starten. Klicken Sie im oberen linken Bereich auf diese Schaltfläche, um sich die Namen der einzelnen Schaltflächen anzeigen zu lassen. Um das Menü zu verlassen, klicken Sie einfach erneut auf die Schaltfläche oder klicken Sie außerhalb des Startmenüs.